So, und damit willkommen zurück zu Green Project. Das müsste Folge 15 sein. Wir bereiten nochmal hier ein bisschen Maiskolben vor. Rest nehmen wir mit. Maissamen haben wir auch. Denn wir hatten am Friedhof ein Feld entdeckt. Moment, was ist das? Das Weiße? Das sieht interessant aus. Nein, komm. Ich habe nicht genug Platz. Aloe Vera. Essen wir mal schnell. Bohnen. Bohnen nicht. Auch wenn ich nicht viel Platz habe. Das ist wieder alles Aloe Vera. Oh Gott, da hinten wachsen Pilze. Ich muss das, glaube ich, jetzt mal alles wachsen lassen. Problem immer noch. Ja, es hat noch nicht geregnet. Von daher. Ein bisschen Wassermangel. Aber an einem Haus am Friedhof war so ein Wasserkanister mit, glaube ich, 5000 Litern oder so. Damit müsste ich erst mal ein bisschen auskommen. Nur, ich weiß halt nicht. Müssen wir die Felder gießen? Oh, da reicht's. Hä? Das gibt's doch nicht. Ah, okay. Alles gut. So, richtiges Feld eingezäunt. Sieht zumindest professionell aus. Okay, dummerweise haben wir nicht noch mehr Samen. Ähm, jetzt essen wir erst mal unsere Mais-Suppe. Ähm, jetzt können wir uns noch ein Tagsüber mal angucken. Hier ist ein Zeltplatz. Hatte ich den schon kontrolliert? Nein. Ähm, hm, 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 hm. Das hätte ich, glaube ich, alles angeguckt. Dann schauen wir nochmal über den Friedhof. Gießkanne war ja eh leer. Die wollte ich voll machen. Die Flasche können wir nachher auch voll machen. Beziehungsweise diese. Chemistrie, ja. Ähm. Moment, kann ich hier mit der Hacke vielleicht was anstellen? Jawohl. Okay, und das sind Steine. Okay, dann können wir die Gräber pflündern. Okay, dann können wir die Gräber pflündern. Äh, ich höre mal lieber auf mit Sammeln. Nicht, dass ich mir hier noch irgendwas einfange. Moment, hier unten war ein Ofen. Warum komm ich hier nicht hoch. Probieren wir es hier. Zack. Mais rein. Mais rein. Ähm. Ähm. Wasser. Raus. Mais. Raus. Raus. Ähm. Ja, das kocht jetzt erst. Scheiße. Ich hab kein Holz, oder? Holz, Holz, Holz. Kein Holz. Kein Holz. Kein Holz. Schlecht. Komm. Die Steine brauchen wir jetzt nicht. Weg damit. Hm. Erst deckt. Schnell. Holz. Oh, sogar ein Samen warnten. Auf Inventar. Auf Inventar. Mehr Holz nicht. Oh Mann. So. Komm. Komm. Einen Baum nehmen wir noch mit. Stöcke brauchen wir nicht. Oh. Ähm. Zack. Ähm. Zack. Oh. Oh. So. Wie lange? Noch ein bisschen. Vergiftung. Mütter. Ach genau. Wir wollten Wasser holen. Vergiftung. Mütter. Ach genau. Gieß kann er voll machen. Trinkflasche. Die Flasche. Pam. Wollen wir schon gießen. Okay. Organischen Abfall haben wir jede Menge. Könnten wir am Komposter noch ein bisschen Komposterde produzieren. Hmm. Ja. Gießen. Nicht gießen. Ich gieße die Felder hier unten mal nicht. Ich muss mich einfach noch... Hier oben ist ein Zelt. Okay. Wenn das so versteckt ist. Schauen wir doch da mal noch hin. Schon mal nichts. Toll. Wenn das so versteckt ist. Da ist auch... Mit Sicherheit nichts drin. Super. Hm. Hoch. Habe ich bestimmt auch schon alle kontrolliert. Die Autos. Da. Da. Wachsen. Irgendwelche. Tomaten oder so. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Samenmaschine anwerfen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. So. So. Dann kann ich bald Bohnen anbauen. Äh. Hier wollten wir organischen Abfall. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist wieder fertig geworden. So. Kochen. Den machen wir noch zusammen. Wasserflasche lassen. Lassen wir erstmal. Weiß nicht. Thymian Tee. Wenn wir Durst haben. Das ist eigentlich immer ganz nett gewesen. Ein Mörser. Hm. Habe ich kein Thymian mehr. Futter für Ratten. Äh. Ba ba ba. Gut. Muss ich wohl draußen mal mit der Sichel ein bisschen ernten. Da. Untertitelung des ZDF, 2020 Wasser alle, dann kann ich hier nicht mehr gießen, einmal Thymian, zweimal, das dauert noch ein bisschen, Mörser, Mörser, Na komm, wird fertig. Los, 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 oh, fertig. So, zack, 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 Plastiflasche, 50 Wasser. Komm, einmal so eine Flasche rein. Meisamen, nehmen wir mit. Kompost wollte ich doch noch ein bisschen. Dauert. Es dauert einfach. So. Testen wir Bodensamen hier mal. Pilze. Und wo war, was war das nochmal? Ich hab's vergessen. Ich hatte doch irgendwo so Bären. Ach, hier. Gesehen. Da muss ich durchs Gift durch. Oh Gott. Nein. Ich bin instant gestorben. Och, kommt. Und ich hab jetzt lange nicht gespeichert, oder? Nein. 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 Verdammt. Was passiert? Wo komm ich raus? Wo hab ich heute letztes gespeichert? Äh. Moment. 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 Gucken. 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 Dymian. Einmal. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Takt ziehen. Oh Gott. Okay, wir haben hier eine Flasche mit. Wir haben Gießkanne voll. Oh. Die Hacke habe ich nicht mit. Stattdessen eine Säge brauche ich nicht. Mist. Hacke mitnehmen, Säge nicht. Sichel können wir mitnehmen. Ähm. Draht weg. Oh verdammt. Wasserflasche wollte ich voll machen. Also auch mitnehmen. Hier ist Wasser drin. Das ist leer. Okay. Ich bin komplett verwirrt. Samen. War ich zu dem Zeitpunkt noch nicht mal am. Friedhof. Ähm. Ich weiß gerade nicht weiter. Äh. Axt. Hacke. Gießkanne. Ja. Ähm. Okay. Mais hier oben ist schon fertig. reasons Hacke. Säge es klar. W tremete ... Säge es klar. Ciao, bye bye.